Hm. Prost übrigens, ihr Lieben. Wir sind wieder da, bei Terminator. Und, äh, ja, irgendwie kommen jetzt auch die Großen. Ich habe ja gerade eine Leiter hoch. Ich weiß es gar nicht. Aber ich kriege langsam Angst. Oh Gott, da ist ein Großer. Shit. Ja, aber irgendwie cool, wie der, ja, wie der die Flatter macht. Och komm, Junge, da ist es extrem unfair, wie du das tust. Boah, jetzt kommt er von hinten wieder hoch. Mein Lieber. Oh, den kann man nicht töten. Warum nicht? Ich kann ja nicht über ihn drüber. Das ist ja mal unfair. Ja, ich schätze mal, das ist die Schwierigkeit. Aber er kommt hier nicht hoch. Aua. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bitte kein Kleinen. Oh, shit. Okay, den kann ich irgendwie gar nicht ausweichen. Okay, hier ist Sense. Weiß ich nicht, wie ich das, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Soll ich den jetzt verarschen oder was? So in etwa. Aua. Oh, shit. Und schon tot. Okay, über den Kleinen kann man nicht drüberhüpfen. Und das ist etwas, das habe ich jetzt gelernt. Und das wird uns beim nächsten Mal sicher helfen. Bis gleich. Ja, selbe Stelle, selbe Bälle. Ich lasse ihn ganz nahe kommen. Ich genieße es, dass ich ihn abknallen darf. So. Du Schrott, Klump, Schrott, Klump, Klump, Schrott. Vielleicht sollte ich hier unten langlaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir den Kleinen, da können wir nichts tun. Ja, das ist der kleine Terminator. Das ist der, den es schon erwischt hat. Ja, weil Carl... Ich weiß nicht, darf ich das jetzt hier eigentlich erzählen? Oder ist das zu sehr gespoilert? Aua. Ein Teil ist die Schütz nicht. Jedenfalls soll ich es erzählen oder nicht? Eigentlich gibt es ja niemanden, der die Serie nicht... Also, die Serie, sage ich jetzt schon, die Filme nicht gesehen hat. Oder irre ich mich? Nein, ich irre mich nicht. Ich kann aber nicht über die drüber hüpfen. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er. What the fuck? Der kommt ja auch noch hoch. Ah, das ist ja mal käsig. Okay, pf du mal hier schön runter. Okay, da geht es nicht lang. Das ist ja... Oh, 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 oh. Oh, Sarah. Sarah. Guck mal, ich bin Carl und ich habe überlebt. Freu dich. Yes. Leute, wir haben es geschafft. Party. Der Terminator ist terminiert. War übrigens enorm spannend, die Filme. Also, ich bin fast gestorben. Und, boah, Hammer. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich beim Captain Hammer bedanken. Und beim Shines Park. Ja. Die haben uns beiden nämlich Terminator 1 und 2 geschenkt. Ich weiß nicht mehr, welcher Terminator-Teil von wem war. Ich glaube, der erste von Captain Hammer und der zweite von Shine. Aber ich bin mir nicht sicher. Es ist letzten Endes auch egal, weil beide Filme sind grandios. Und wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja. Haben auch neulich den ersten Teil nochmal gesehen. Als der Captain Hammer bei uns war. Zu Besuch. Und, ja. Und den zweiten haben wir da auch nochmal angeguckt. Zumindest so halb, ne. Und zwar die lange Fassung. Die kannte ich jetzt gar nicht. Ich kenne nur die verstümmelte Kurzfassung, ne. Ist auch so ein Thema für sich. Filme und Schneiden. Ja. Wisst ihr ja alles. Prost. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Für dieses kleine, glitzekleine Nebenprojekt. Und, ja. Macht's gut. Bis dann. I'll be back. I'll be back.